Jesus! Schön, gut, langsam herfahren. Ah, muss das sein? Von dieser habe ich es nicht, von diesem. Ja, ich habe es überlegt. Letzt du den Ecken und so etwa, vom Dreck her, hat es auch unter dem Ofen ausgesehen. Und etwa der Dreck da war immer, unter dem anderen grossen Kühlschrank. Also da ist jetzt schon zu viel, den ganzen Dreck, habe ich ihn ja schon mal gezeigt.